So, damit ein herzlichstes. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde aus nicht Arion, sondern aus Terra. Denn in der letzten Ausgabe habe ich das falsch natürlich angekündigt. Ja, eben was noch drüber gelacht. Also über deine Zuschauer. Ja, ach so, weil ich war, guck mal, der Tower Tank den ey, der kriegt nicht mal Damage. Und du gehst einfach drauf. Respektlos. Sollen wir den lassen oder was? Ich will keine Agro von dem, ich weiß nicht wie stark der ist. Das ist mir irgendwie gerade sehr Suspekt. Ja, der Boss hat richtig Bock. Ja, du sollst vielleicht mehr Damage machen. Sonst sind wir gleich One-Shot. Echt? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ja, ich bin gleich One-Shot, wenn es weiter geht. Ja. Ja, du bist schön aus dem Heal rausgelaufen. 50% Hier ist der Turm hat gegen die Schlocke Agro ey. Nein, das ist auch nur, weil ich die ganze Zeit abbreche. Ja. Ich hatte also gehört, Hermann. Äh, er kann sich mal hier hin. Hey, ich hab doch gerade erst. Machst du denn? Diese jungen Leute. Ach nee. Ach nee. Ach. Geh doch auf diesen Turret. zu sehen. Ja, du hast ihn mit. Läuft doch mal weg. Was mal looten. Ich mache jetzt die ganze Zeit einfach Audile Taxi machen wir auch gut. dann krieg ich keine agro für deine verhältnisse ist das hier wie viel macht der komet eigentlich 44.000 doch nicht nicht doch nicht alles gelootet was war denn er ist drin weiß ich glaube so eigentlich deutschland ist besser als deutschland was der hölle soll das aussagen ja hab ich mal gehört deutschland erwähnt jackig wie wiener ach so eine sehr gute studie die du da keine ahnung aus sicheren quellen bekommst sie mir krieg mittlerweile kaum noch ep ja das liegt bestimmt nicht daran dass das nur mini mob sind ja voll hallo alter die greifen mich an one shot du hast gar nichts gemacht nein quatsch ich hab die nur alle mit meinem kometen ausgelöscht wie dinosaurier damals ja genau mach ich lass mal nur mein tower machen hier jetzt ja ok wie hab ich die also der ist jetzt schon bei 80% damage gegen dich und jetzt ja 74% und jetzt 68% ach so ich mach auch gerade nur audio attacks weil ich sonst die aggro fall äh weil sonst der tower die aggro fall gehen würde ja auf jeden fall wie er mich umsäbelt ich mach eine attacke wie viel damage machst du denn eigentlich mit audio attacks äh mit krit 1600 ne wie viel du äh 1578 das ist hochwertiges gameplay das ist nett es ist hochwertiges auf jeden Fall das ist hochwertiges paris etc ich bin alle ich bin leider auch ich bin 셋 ne bes 밀 Ich seh nix! Ich kite! Das ist gar nix! Ich hab gehealt und mal rematcht! Du machst nur Autotecks! Du auch! Hey ich hab die ganze Zeit nen Tower! Wow! Und mache auch Ari, ja? Danach können wir bestimmt direkt Level up Ich denke fest daran Was? Wenn das war Level Up werden Auf jeden Fall Was? 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 Wie ging Galen Ichchedhe roz Abs packe Was? Upp Was? Wie? 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 machen wir dauert es was hier mit dem jetzt die tür endlich offen das neue letzte aufregen das schneide ich raus wegen den fässern gestorben aus genau blut einfach mal weiter hallo mein dicke ich bin so arrogant du kriegst ja nie Immer diese arroganten Menschen. Achso. Ich bin tot. Ich hab gerade ein Dings gemacht. Was? Eine Kugel. Ich kann nur noch looten. Ich brauche unbedingt Damage. Das geht gar nicht. So. Hermann, ich rufe dich. What the fuck? Ja, herzlich willkommen zu Hermann Fetisch 2.0. Wo ist denn die erste Version? Die hast du schon auf deinem Kanal gedreht. Hä? Ja. Bringe die Wächter um in 2 Minuten. Was? Nee. Hä? Oh mein Gott, ein Timer. The time is yours. The time of my life. Echad, Stein, Schalosch. Oh, es geht auf. Boah. Töte, Nico. Mann, wir haben jetzt nur 2 Minuten Zeit für diesen Boss. Oh nein. Also es ist ja... Fänden wir das schaffen. Schrecklich. Es ist so schwer. Das ist bestimmt nicht angepasst. An diese 2 Minuten. Und du bist tot. 6 Nikos würde man das nicht schaffen. Achso. Okay. Ich bin tot. Jetzt lebe ich wieder. Und ich bin Level Up. Dann sagen wir nur oft genug Eckhardt, Stein, Schalosch sagen. Was? Ja, kennst du doch. Nein, ich kenne Stein, Schalosch nicht. Ja, hallo. Wer zur Hölle ist denn? Wie kann man sowas nicht kennen? Was ist Kultu? Hä, wo du lieber? Ja, das ist Quality Gameplay hier. Oh, quality. Ja, du hielt es ja nicht. Du bist Silas 7, ne? Ja, ich bin immer eine One-Shot, mehr nicht. So viele Billy-Elly, ich habe ihn nicht mehr. Alles klar. Okay, jetzt wird es mir doch langsam zu laut. Das war der beste Boss ever, ey. Der One-Shot, nämlich einfach 10.000 Mal. Ja, besonders dich. Du warst einmal fast tot. Ich war dreimal down. Ja, genau. Ob sie mich sehen sollen. So, jetzt machen wir jetzt mal hier die ganzen Dinger hier. Wieso sieht unser Tüppi eigentlich aus wie so ein Spasti? Hä? Ja, hast du den mal gesehen? Wie definierst du denn ein Spasti? Ja, schwul. Achso! Hast du den gesehen? Das ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Der ist ein Spasti, weil er schwul ist. Oh, hier sind wieder Fragmente. Kriegen wir eine neue Waffe? Ich habe nichts. 2 von 19. Was brauchen wir jetzt so viele? Also ich bin seit 20.000 Sekunden nur am Looten. Ja, für 38. Ah, das ist noch eins. So, mit dem ganzen Ge-Loote verabschiede ich mich von der ersten Folge der... Next. Tolle erste Folge, yeah. Dislike. Vielen Dank fürs Zuschauen, noch drei. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ah. Ah. Ah.